Also ein neuer Wanderpokal des Bürgermeisters. Ich freue mich, dass dieses Spiel, dieses Turnier so eine Tradition hat und so fortgesetzt wird. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Die muss im Mittelpunkt stehen, natürlich einen sportlichen Ehrgeiz und einmal mehr zu einem Turnier, sondern vielleicht auch die Kinder zur Schule bringen wollen, einen tollen Gymnasium, einen tollen Sekundarschule, zwei tollen Hochschulen, guten Kitas in der Nähe mit einer guten Anbindung an Leipzig. Dann ist sowohl genau die richtige Wahl. Das gebe ich immer gerne mit auf den Weg, ansonsten. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Sieh! Der ist ein Fähler. Der ist ein Fähler. Musik 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 Applaus Und vielleicht noch mal extra Applaus Die Heilige Mannschaft mit 3 Augen und drauf und bleibt eins Applaus 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 bury Untertitelung des ZDF für funk, 2017